Das einzige, was du machen kannst, ist mit Schinken-Kid einmal hinterherjumpen, oder so. Okay, nice. Hallo hier meine Frau's und Frau Dienz und herzlich willkommen zu Bad Wars, nicht Endergame, Dame. Ist schon so ein bisschen drin auch. Man merkt das gar nicht. Bei mir hat man keine Truhen gesehen, das war ein bisschen strange, aber gut. Davon erzählen einige, dass es so einen Wack geben soll. Okay, du bist arg, ist okay. So, dann wie du alle anderen Truhen siehst, ne? Nee, nee, hier ist schon wieder ein Kack-Ritter. Ach, damn. Ich hab halt nichts. Hast du einen Ritter? Ach, nee. Ja. Oh, nee. Schreib mal, dass wir alle fokussen sollen. Fokus den Ritter. Fokus den Ritter. Aber ich meine, wir haben auch ein gutes Kit, ne? Schinken-Kid. Ja, wir haben Schinken-Kid. Schinken-Kid. Aber Ritter ist natürlich schon so ein Number, mit dem man rechnen muss. Ein Number, mit dem man rechnen muss. Ah, okay. Ja, ich kann mir aber einiges an Rüstung machen, tatsächlich. Ich kann mir rein gar nichts machen, außer vielleicht ein Holzschwert. Oh, ist lecker, richtig heftig bei mir. Könnte man natürlich auch ein Goldschwert machen, aber seien wir ehrlich, das hat überhaupt keine Vorteile gegenüber einem Holzschwert. Äh, im Gegenteil. Und deswegen mache ich mir lieber ein Holzschwert. Aus feinem und bestem Birkenholz. Okay. Zehn Sekunden nur noch. Okay, der hat ein Schwert immerhin. Ist hier jemand? Ich höre doch hier die Schritte. Hä? Richtig merkwürdig. Nee, richtig weit weg. Boah, Axielsucher. Okay, Axielsucher. Kaputt gemacht. Hast du kaputt gemacht? Ich hab ihn kaputt gemacht. Nizza. Is get wrecked. Get wrecked. Oh, und die Truhe hier. Hier war doch eben noch eine. Ach, doof. Weg ist sie. Gut, Fakt ist, ich trau mich grad nicht so richtig irgendwas zu tun. Okay. Nur mit dem Holzschwert bewaffnet ist halt schon strange. Ohne Rüstung, ohne alles. Das stimmt natürlich. Momentan hat man halt noch gute Chancen, auch gegen zum Beispiel Barbaren. Ah man, ich wurde geportet. Da drüben haben wir doch einen Zwei Barbaren, wie das aussieht. Zwei Barbaries? Einen davon mit Holzschwerdi. Holzschwerdi. Ich meine, ja, ja. Habe ich mir den rupfen können lassen. Hab einen, aber hab nichts gekriegt. Nice. Den Schinken hat sich schon wieder nicht aktiviert gehabt. Habe aber auch einen bekommen. Genau in dem Moment geportet worden. Das war jetzt ärgerlich, ich hätte die Rüstung so gerne gehabt. Mann. Richtig doof. Da drüben sind zwei Dudes. Ähm. Ich habe gerade eine halbe Stunde gebraucht, um mir meinen Hanisch anzuziehen. Mein Lederhanisch. Okay. Ich habe ihn ja erstmal wieder in die Endertruhe geklickt, dann wieder dahin geklickt. Läuft bei mir. Läuft. Meine Güte. Scheiße, jetzt habe ich meinen Schinken aktiviert. Das war jetzt ein bisschen doof. Ja, manchmal muss man ihn ja aktivieren, ne? Ja, aber das war gerade keine Absicht. Ich wollte eine Endertruhe öffnen, in dem Moment pulltet sie sich weg und ich, naja. Gut, da. Da drüben ist ein Dude tatsächlich. Ich habe Speed. Ich habe Speed, Alter. Ich kriege dich auch so. Ohne meinen Schinken, der. Ah, nun komm. Ich jag auch gerade einen, ne? Einen, der von mir wegläuft die ganze Zeit. Ah, ich habe einen Eisenschwer gefunden. Nice. Wurde mit einem geprottet, der aber schon gerade gekraftet hat. So, und da haben wir einen Typ. Zwei Typen. Oh. Ob ich mir die beide holen kann? Oder ob es gefährlich ist. Oh, oh, hi. Oh, hi. Also, es sind zwei Typen, Alter. Zwei Typen hier. Das ist, glaube ich, ein Ungeheuer-Kit. Der spammt richtig. Okay, jetzt wollen wir den mal erlegen, oder was? Naja, der wurde gerade geportet. Ah, Schiffe. Gut, dann erleg du den mal. Ich mache mir meine Rüstung. Ja, nee, keine Chance gerade. Oh, hast du tot? Er steht halt im Wasser und anschließend. Das ist ein Hai vielleicht. Nee, nee, ich glaube, der ist nur ins Wasser, damit er mit dem Bogen schießen kann. Scheiße. Okay. Ja. Glaube ich schon. Möglich ist alles. Okay, er ist auf jeden Fall wieder draußen. Aber das spammt genauso. Ja, er geht wieder ins Wasser jetzt gleich. Ja. Aua. Ah, jetzt hat er mich getroffen, Alter. Was ist denn bei ihm falsch? Oder war ein Dude? Wir wurden gepostet, pass auf. Ja, ich glaube auch. Äh, der Typ geht auf jeden Fall ins Water. Oh Gott. Ah, der ist ja schon richtig nah. Mann, er mit seinem scheiß Pfeil, Alter. Muss richtig weg jetzt. Hä, wer ist das? Ach, Zombie. Zombie irgendwas. Der Dude hier. Kann sein, ja. Ich laufe dir mal hinterher einfach. Oh, shit. Hä, oh nee. Jetzt kommt hier wieder irgendein Fremdo. Ach, come on, Alter. Wieso wird er gerade in dem Moment gepostet, wenn ich hier den am Slautern bin? Aua, jetzt hört doch mal auf, weil der überall fliegen pfeile. Come on, Hunger. Ich brauch dich jetzt. Hunger. Come on. Okay, ich hab mich weggeportet. Okay, nice. Kann ich erstmal wenigstens wieder raggen, ey. Wir haben richtig viele Bogenschützen-Kids hierbei, glaube ich. Ich glaube, der andere war auch nochmal. Ja, geil. Hier hat einer eine Lavapalle im Baum gebaut. Ich hab kein Wasser. Oh, ich bin vielleicht tot, Alter. Ich werde sterben. Warum? Ja, weil hier einer eine Lavapalle gebaut hat. Ich wurde gerade gepostet. Ja, das war echt. Wurde ich mit dir gepostet? Nee, nee. Wenn du gerade in der Lavapalle standest, dann wahrscheinlich, ja. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich bin tot. Oh. Verbrannt. Elendig. Elendig verbrannt? Ja. Das ist natürlich nicht so angenehm. Ja, du hast das hier mit dem Bogenschützen-Kid wahrscheinlich wieder zu tun. Ich denke so. Freier, vielleicht hast du echten Nachteil. Oh. Ja, ist er ja schon. Ich glaube, er hat einen verzauberten Bogen. Ja, aber jetzt rennt er ins Wasser und da kommst du nicht ran an ihn. Ja, das will ich auch gar nicht. Aber er braucht jetzt, um mich zu verfolgen. Erstmal eine ganze Weile. Okay. Zwei Dias. Nice. Ähm. Ja, ist jetzt gerade keine leichte Situation hier irgendwie, ne? Nee. Allein diese Bogenschützen-Kids sind echt ein bisschen nervig. Sind da halt mehrere im Wasser, wie ich das sehe. Ja. Und ich hab nicht meinen Bogen. Ich hab nicht meinen fuckingen Bogen. Das ist ärgerlich. Ja, den brauchst du da schon. Sonst, wenn die ins Wasser springen, sind die halt richtig anfällig selbst für Bogenschüsse. Ja. Aber ohne Bogen, ich weiß nicht, was man da machen soll. Außer mit Enderpills, sich richtig zu Tode spammen. Das ist eine gute Frage. Kannst du eigentlich nicht viel machen. Okay. Ich hab einen Rasu, wahrscheinlich von einem Rütter oder so. Pass auf, ne? Hinter dir. Die zwei, die sich betteln. Achso, okay. Mittlerweile ein ganzes Stück entfernt. Sich zwei streiten, ne? Dann kommt der Flotter. Holst du dir der Dritte die Bergbahn? Okay. Erstmal einen ganzen Plunder hier rausschmeißen, ist man ehrlich. Braucht keiner. Oh, das hat er jetzt nicht so clever gemacht gerade. In der Situation. So ein anderer hier. Ich? Ne, der, 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 der müsste relativ down sein. Okay. Theoretisch, wenn er keine Haltrinke hatte. Ich hab halt viel schlechte Rüstung als er. Das geht aber, ne? Komm, du bist auch voll Iron und hast dir ja Zeug. Stimmt, inzwischen ja schon. Das ist richtig. Das ist auch so ein Bogenschütze, glaube ich. Quarkfresse, ja, absolut. Der wird jetzt auch gleich ins Wasser springen. Das einzige, was du machen kannst, ist mit Schinkenkit einmal hinterherjumpen oder so. Okay, nice. Alter, das ist diese Schafe. Was ist los mit den Schafen? Der hat mich richtig erschrocken gerade. Der hat mich wieder gegrast. Oh. Okay. Er hat aber auch gar nicht so richtig Lust drauf. Ja, aktuell gerade nicht so. Vielleicht auch Schinkenkit und muss Hunger kriegen. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Ich glaube das nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Ah, war auch Schinkenkit. Ja, das hab ich mir fast gedacht, ja. Bin Förder geworden. Das soll mir reichen. Soll mir reichen. Das soll mir reichen. Ja, Freunde. Ihr habt's hier sehen. Endergames, wir sind absolute Profis. Haben die Runde hier easy gerockt. Schwarz-Profis. Du hast dir die Runden rausgeschnitten, wo ich gewonnen hab. Naja, ja. Ja, gewonnen. Du. Ja. Tja, genau. Ja, jetzt tust du wieder so. Finde ich nicht nett von dir. Ach komm, der. Wann du erzählst jedes Mal? Wann könntest du denn mal gewinnen? Und alle denken immer, ich bin Kacke, weil du immer nur die Kackrunden von mir hochlesst. Ja, weil du Kacke bist. Ja, natürlich. Ja. Ja, komm, gib. Jetzt ist gut. Aus. Ich verabschiede mich jetzt hiermit. Ja, ich nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nee. Bitte. Tschüss.